Und überlegen da dieses Eis in dieser Farbenkang in die Nacht. Das ist halt so schwarz. Oh, es ist nicht... Alter, ich hab grad nen Screenshot von meinem Tisch gemacht. Wir wollen deinen Sperma nicht sehen. Da. Ich geh shifty, shifty. Entschuldigung. Ich geh überbrechen. Komm doch nicht zu wo. Nee, zu viele. Ja? Weißt du was? Warte mal. Man denkt, ich will aufs Monster verversuchen. Scheiße! Nee! Ich hab dich nicht aufs Aufmerksamkeit. Das sind zwei hier drin, mega. Scheiße, ich hab's auf der Fülle. Jetzt gewollt. Ey, bei mir ist ein Freund, also ein Gegner, der muss Zornbred im Knie. Also, muss die Meier... Boah, vier Gegner weniger. Also, vier Teammates. Oh, drei. Da haben wir was, bitte. Das wird dir, bitte. Oh, so. Macht ihr das zu? Ich glaube, wir haben Wacken. Ich muss gucken, wo die Gegner sind. Dann... Dann muss ich los. Die Gegner werden Alassine zu Melde und das Junge mitgegeben. Ja, ich bin Tibet. Was für ein Wälder. Was für ein Wälder. Da kommt gar keiner. Guck mal, was soll die, Digga. Junge, ich hab grad einen Kometen schon jetzt gesehen. Du wusstest, Digga. Du wusstest. Kann man das, ähm, wie heißt das? Stahl. Stell dir vor, man könnte hier so V-Bucks finden. Auf dem Boden. Ich würde nur V-Bucks finden, Digga. Ja, easy, Digga. Easy. Schnell fertig. Direkt nicht so ein Wälder. Oder die Tiefung einfach V-Bucks. Deswegen, ich hab einen Account gemacht, da hab ich das versucht. Weißt du, was rauskam? Ja. Sie müssen 80.000 Euro bezahlen. Hast du ihn gemacht? Nein. Natürlich nicht. Man muss dafür Geld zu können, ne? Für den Weg. Denkst du nicht? Was? Ja. Aber was? Ich hab schon mal Stunge abgegeben. Aber was? Also safe sind bei mir noch Stunge wäre, aber ich weiß nicht. Ich hab jetzt grad zwei Röse blutet. Oh, ja, man. Und dann, ne, ich behalte einfach nur das hier. Das hier. Oh, Action, die Gott ab. Achtung, komm mal. Du musst ein Sniper für 3, noch für 3. Ich hab schon einen. Ey, Achtung ist Ultra-Action. Komm mal. Ja, Action bestimmt gar nix, Digga. Vielleicht gehen die auch nur nach Action. Ich weiß. Komm, ich komm gleich Action im Action. Oha, er hat ihn abgestockt. Ich weiß, wo die Gegner sind. Guck mal, wo der eine niedergespräckte ist. Ey, warum kommt der genau an meinem aus? Es sind doch 10.000 andere Häuser. Hat der kein Leben oder so? 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 Ach, das ist das so. Ach, das ist voll amulat. Ach, ich bin voll amulat. Ach, der war's. Schmerzopfer. Guck mal, er geht... Ey, du Götze. Egal, ich komme zu euch Leute. Arton, das geht mal danach, Alter. Oh mein Gott, die sind so offensichtlich, die sich aufhallen, Alter, das willst du gar nicht mehr. Wer? Teammate? Nein, die geht noch. Hier ist niemand in der Welt. Oh mein Gott, und zum Beispiel werde ich hier gerade angerufen. War das ein Sniper? Ja, ne? Du weißt, was ich jetzt mache, du keine Ruhe? Bin da, Leute. Oh mein Gott, ich wurde eingesperrt. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott, was wollen die denn? Oh mein Gott. Alter, ich kann nicht bauen, Alter. Ich kann nicht bauen. Ja, warum ist das so klar? Ich kann nicht bauen. Was ein Sniper hält, Digga. Aber tun Sies wieder. Für mich安en. Wieso kann man ihn nicht bauen? Ich hab denen gerade soh einen Sniper hasst gegeben, er kann direkt einschaffen, die in der Zeit. Hey, was ist mein Kling? Nein, er deckt Ninja, ich dachte gerade wirklich Ninja Ich weiß nicht, dass sie nicht so gut sind Ich bin nur noch ein paar Ich bin nicht Aber wie habe ich gerade geklickt, ich bin gar nicht auf mein Leben gekommen. Ich bin gar nicht auf mein Leben gekommen, ich bin gar nicht auf mein Leben gekommen. Ich klicke einfach. Oh. Ich weiß nicht, ich habe keine Schmerzen. Ah, isig, was? Was? Nicht mal hätte ich auch. Warte, komm doch da. Ah, warte. Schlachter, ne? Egal. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh, oh, oh! Let's go! Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh, oh! Ich bin auf YouTube. Ja? Ja. Na, wo ist es noch von der Schermutter? Kannst du klippen, oder? Naja Was ist das? 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 hotel Oh was ist das? Wie marine ist das? Wie kann aus dem Schm amigo Nein, das ist meine ich, der Hurensohn, der hat von mir Hits bekommen, Headshot und so weiter. Bum, elf kürz, lass ein Abo da und tschüss.